Was ist los, Kalli? Bist du umgefallt? Bist du umgefallt? Aber war aber auch aufregend, ne? Aufregend, ne? Ich finde das ja immer so schade, dass man dann alles wegpacken muss. Aber wenn ich das offen stehen lasse, dann sind die unter Dauerstress, ne? Aber ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich den Ball dann mit hier diesen mit zu Gabi nehme, weil dem würde der Schnauzi sofort schreddern. Obwohl der schön massiv ist. Mich reizt das schon ein bisschen, das am Schnauzi auszuprobieren, weil der sehr stark ist. Ja, richtig fest, ne? Mal schauen. Da kannst du mich mal mit deinem Trichter angucken. Ich habe mich schon richtig an den Trichter gewöhnt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der ohne aussieht. Noch mal kurz zum Simba-Stiefel. Na, bist du glücklich damit? Ja? Ja? Ja, nicht liegen lassen. Auch sowas zerfetzte Schnauzi, ne? Du musst immer aufpassen, ne? Ja, mein Simba-Pimba. Oh, der Kalli wirklich genau. Deswegen kann man es leider nicht draußen lassen, ne? Ne? Das ist für dich purer Stress, ne? Musst ja alles bewachen. Bis dann. Tschüss. Und danke. Gut. Und danke. Und danke. €